Die frisch veröffentlichten Absatzzahlen von Tesla fielen bescheiden aus, um es mal diplomatisch auszudrücken. Mir würde auch noch ein anderes Wort einfallen mit BESCH beginnend, aber das lassen wir mal. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich mit meinen Tesla-Aktien mache. Die hätte ich gekauft, weil ich langfristig investieren wollte. 2018 sind jetzt schon ein paar Jahre. Aber hin und wieder muss man sich ja auch von Aktien trennen. So haben wir es ja auch im Standard-Dipot gemacht. Da haben wir uns ja auch von einigen Aktien getrennt um den Jahreswechsel rum. Das Standard-Dipot haben wir 2019 ins Leben gerufen und dann nach vier Jahren haben wir ein paar Aktien verkauft bzw. ausgetauscht. Jetzt muss ich mich fragen, ob mein Investment-Case noch intakt ist und was ich dann halt mit den Tesla-Aktien mache. Das werde ich dir in diesem Video erzählen. Mein Name ist Thorsten Thiel. Da geht es uns langfristig investieren. Da stelle ich keine Verkaufsempfehlung. Ja, Tesla. Wenn wir uns mal das Ganze hier anschauen, dann war das laufende Jahr nicht gerade ein Erfolgsjahr für Tesla-Aktionäre. Die Aktie hat ein Drittel an Wert verloren und nach den Absatzzahlen hier nochmal 5% knapp. Nur 5% muss man fast sagen, denn die Zahlen fielen so grottig aus. 387.000 Autos hat man verkauft und das war 9% weniger als im Vorjahresquartal. Da war es nämlich 423.000. Und selbstverständlich hat man auch die Analystenschätzungen weit gerissen. Naja. Ja, mein Investment-Case. Warum habe ich die Tesla-Aktie gekauft? Die ist ja noch intakt. Zwei Punkte waren mein Investment-Case. Der erste ist E-Autos lösen Verbrenner ab und der zweite war Tesla ist Technologie und Marktführer und greift dann in diesem Zukunftsmarkt sehr viel von ab. Und deshalb steigen dann die Gewinner und Cashflows mit der Aktie mehr wert. Jo, an dem E-Auto-Boom. Da gibt Nagen jetzt einige Zweifel, ob das wirklich nachhaltig sei. Beispielsweise ist jetzt auch das EU-Verbrennerverbot für Neuwagen 2025 steht jetzt auch zur Debatte, was mich nicht sonderlich beunruhigt, sondern einfach nur die Unfähigkeit der Politik zeigt. Von ja, hat man was beschlossen und jetzt will man mich schon wieder dran rütteln, weil man in eister Linie auch kein Geld mehr hat dafür, um das mit der Gießkanne auszukippen. Unter anderem, weil man einen Haushalt beschlossen hat, der nicht verfassungskonform war. Und da hat man ja im letzten Jahr dann mal auf kurz und knapp einfach die E-Auto-Förderung eingestellt. Naja, Politik halt. Aber ich würde mich nicht so von Stimmung leiten lassen, sondern hier von Zahlen und Fakten. Und hier hat Blumberg dankenswerterweise eine Studie veröffentlicht am 28. März, also ganz neu. Sogar eine Folgestudie zur Marktdurchdringung, zum Wachstum der Elektromobilität. Und was Sie sagen, beobachtet haben, ist, wenn 5% in einem Markt, also in einem Staat, die Elektromobilität überspringt, dann wird es zum Selbstläufer. Weil vorher gibt es viele Zweifel, vorher kennt niemanden jemand, der ein E-Auto fährt, dann fliegt das Ding in die Luft oder bleibt es nach 10 Kilometern stehen oder was weiß ich. Was es da alles gibt, im Winter springt er nicht an, keine Ahnung. Und wenn dann mehrere Leute so ein E-Auto fahren, dann sieht man, dass es ja doch funktioniert. Und dann, wie gesagt, wird es zum Selbstläufer. Im Jahr 2022 hatten 19 Staaten diese 5%-Hülle überwunden. Im Jahr 2023 waren es bereits 12 mehr, nämlich 31. Und diese Beobachtung, dass nach 5% Marktdurchdringung es schneller vorwärts geht mit dem Verkauf von Elektromobilität, da gibt es noch zwei Ausnahmen. Das eine ist Südkorea, schreibt Blumenberg, und das andere wäre die USA. Die USA hat eine Marktdurchdringung momentan von 8,1%. In Deutschland sind wir bei knapp 20 und in China bei knapp 25%. Und wenn man das so liest, dann kommt man schon zum Schluss, dass ja Elektromobilität wird weiterhin den Verbrenner ablösen. Also das wäre nach wie vor intakt, diese Aussage für meines Investment-Cases. Die andere Aussage wäre ja, Tesla ist Technologie- und Marktführer bei E-Autos. Ist das noch intakt? Und da ist interessant bezüglich Marktführer, wir haben ja BYD. Die BYD hat Tesla beim Abverkauf die Krone weggeschnappt im letzten Quartal, im vorletzten Quartal, im vierten Quartal 2023. Und jetzt ist der Abverkauf bei BYD so stark eingebrochen, das ist ja übrigens nur China, deshalb ist Tesla immer noch unten drunter. Aber da ist es so stark eingebrochen, dass wenn man global das Ganze sieht, BYD verkauft ja fast ausschließlich noch in China seine Autos, dass Tesla wieder mehr Autos verkauft hat, E-Autos, als BYD. Das zeigt uns zwei Sachen. Das eine ist, dass das Absatzproblem nicht Tesla-spezifisch ist, sondern BYD hat es auch erwischt, hat es sogar noch stärker erwischt als Tesla. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Tesla ist immer noch ganz vorne mit dabei, was ich gleich auch noch weiter ausführen würde bezüglich jeder Marktführerschaft. Was Hoffnung macht übrigens, das ist hier, das sind die Abverkäufe von BYD nach Monat. Januar und Februar waren ganz schrecklich. Und dann März, im März gab es eine sehr starke Erholung. Das heißt, der Einbruch im Januar, Februar war einfach stark. Und wenn es jetzt so weitergeht, macht es schon Mut, dass die nächsten Monate dann auch wieder normal verlaufen werden bezüglich der Absatzentwicklung in China und dass dasselbe dann halt auch für Tesla gilt, nicht nur für BYD. Genau, was dann die anderen, die Konkurrenten angeht, weil die jungen Wilden beispielsweise hier aus den USA, die als Startups, börsennotierte Startups, das ist das Leben schwer machen wollen, wie hier Lucid oder Rivian. Von denen halte ich relativ wenig. Also da sehe ich überhaupt keine Konkurrenz. Die zeigen einfach nur, wie schwer es tatsächlich ist, was Tesla bereits geschafft hat, nämlich die Serienproduktion, Massenproduktion. Und deren Autos, deren Erxenkurs hat sich in diesem Jahr, im Laufenden Jahr, entweder genauso schlecht oder noch deutlich schlechter entwickelt als von Tesla. Wenn wir auf ein Jahr gehen, dann ist die Kluft sogar noch größer. Dann hat Tesla noch deutlich mehr Vorsprung, auch vor Rivian. Und natürlich, wenn man noch mehr Jahre nimmt, dann pfff, also hier sieht man, wie schlecht diese Startups tatsächlich performen. Kann man auch BYD reinnehmen, natürlich, selbstverständlich. Und da sieht man, dass BYD und Tesla im Prinzip gleichlaufen als Marktführer im Bereich der E-Mobilität. Was die etablierte Automobilwirtschaft angeht, VW, Mercedes und Co., die sind ja eher froh, dass an der Elektromobilität da jetzt gewisse Zweifel herrschen. Und haben gesagt, okay, das ist so anstrengend mit der Elektromobilität, Verbrenner können wir besser. Dann kürzen wir jetzt wieder die Investitionen in die Elektromobilität und machen wieder mehr mit dem Verbrenner. Die sind ganz happy, hat man den Eindruck. Dass das jetzt vielleicht sich so alles ein bisschen rauszögert, wären sicherlich auch nicht unglücklich über das Kippen des EU-Verbrennerverbots für Neuwagen 2035. Aber das ist aus meiner Sicht einfach nur der einfache Weg, einfachere Weg, den man gehen will, aber nicht der Weg der Zukunft. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Investment Case ist nach wie vor intakt. Auch bis wirklich Technologieführerschaft. Da möchte ich noch einige Schichten zeigen. Nämlich, wir hatten, es gab ganz große Kritik an Tesla wegen des Parkassistenten. Der Parkassistent war einfach scheiße, als ich mein Model Y gekauft habe. Wenn ich geparkt hatte, war die Hälfte der Motorhaube bereits in der Wand drin. Das hat also überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin im Auto gesessen, meine Ex-Frau. Das war ein 14 Jahre alter Ford Focus, der diese normalen Radarlösung hat. Und dann noch vorne und hinten so Lichtchen, wo dann je nachdem Modiziner ist, halt so ein Lichtchen aufblinkt. Und dann sieht man ungefähr, okay, da ist jetzt was, man hört es nicht nur, aber weiß auch ungefähr, wo es ist. Fand ich viel besser. Warum hat das denn nicht sowas verbaut? Und dann kam das Weihnachtsupdate, letztes Jahr, 2023. Und boah, mit einem Schlag gab es dann diese Lösung, dieses High Fidelity Parkassistent, glaube ich heißt es. Und das ist so gut. Der generiert ja ein 3D-Modell und das ist echt zuverlässig. Das ist meine Erfahrung. Und ich gucke nur noch auf dieses 3D-Modell. Ich gucke fast kaum noch echt in die Kamera oder in den Rückspiegel, weil es so zuverlässig ist. Und ich habe die fieseste Parkgarage in ganz Hessen, garantiere ich. Also echt super. Und das hat mir gezeigt nochmal, was alles geht. Das heißt, man hatte die gleiche Hardware gehabt, man hat die nicht geändert. Und man hat aus einer echt schlechten Lösung eine super Lösung gemacht. Und ich denke, das kann nur Tesla. Das zeigt auch, wie Tesla funktioniert. Die gehen hin und sagen, wir wollen das schaffen, wir glauben, wir schaffen das auch. Und dann verzichten die erstmal auf was? Auch zum Leidwesen des Autokäufers, Besitzers, weil die es ja noch nachliefern, nachschieben. Okay, muss man sich erstmal trauen. Ich hoffe, die kriegen das mit den Scheibenwischern auch noch hin. Aber das war schon sehr eindrucksvoll hier. Und eindrucksvoll ist auch das, was sie bei FSD momentan machen, also Full-Self-Driving, oft versprochen. Bisher natürlich noch nicht so in dem Umfang gekommen, wie man sich das erhofft hat, wie Ellen das gesagt hat. Aber momentan FSD-Version 12 sieht schon sehr eindrucksvoll aus. Also ich glaube nach wie vor auch, dass Tesla Technologieführer ist, also Investment Case intakt. Dann müssen wir mal gucken, was die Aktie so auch fundamental macht momentan. Tesla, sehr starke Bilanz, schuldenfrei. Immer noch Free Cashflow positiv, auch im nächsten Quartal, müssen wir mal schauen. Das wird natürlich ganz interessant. Was man hier aber sieht, ist, die können eine längere Dutzstrecke auch durchhalten. Was übrigens auch interessant ist, weil immer gesagt wird, Tesla hat den Preiskrieg losgetreten. Ja, Tesla hat den Preiskrieg losgetreten, aber es gibt keine Preissängung mehr. Im letzten Quartal gab es keine Preissenkungen mehr. Müssen wir mal gucken. Hier ist es keine wesentlichen mehr. Ja, das ist schlecht, dass der jetzt neu geladen wird. Ich wollte eigentlich die Grafiken haben bezüglich der Preisentwicklung, die jetzt irgendwann mal kommen müssten. Hier sind sie. Einmal für die USA und einmal für China. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr hier, das ist das neue Jahr. Hier Januar, da sind keine großen Sprünge mehr bezüglich nach unten. Ganz klein, da geht es tendenziell eher wieder nach oben. Und in den USA ist dasselbe. Das heißt, Tesla, wenn ihr jetzt nicht mehr hingeht, ich glaube, an der Preisschraube und an der Preisschraube weiter drehen. Zum einen, weil es vermutlich auch sein kann, dass sie mit den bestehenden Automodellen nicht mehr viel die Kosten senken können. Zum anderen aber auch, weil sie gesehen haben, dass der Absatz nicht unbedingt mehr angekoppelt wird, indem man die Preise runter macht, sondern dass die Leute eher noch länger warten und verunsichert werden, beziehungsweise sich ärgern, wenn sie das Auto zu früh gekauft haben. Auch bei den Leasingkunden, Geschäftskunden, hat es ja für massive Unzufriedenheit gesorgt, dass die Autos an mehr und mehr zu sehr schnell einen Restwert verlieren. Ich glaube, jetzt geht Tesla einen anderen Weg. Unter anderem auch den Weg der Werbung. Sie schalten jetzt Werbung auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich weiß auch auf YouTube, was ja auch ein richtiger Strategiewechsel ist. Meines Erachtens auch ein richtiger Schritt. Naja, okay. Aber Tesla ist immer noch aus einer Position der Stärke heraus agierend. Auch wenn hier der Gewinn laut Analystenschätzung dann in diesem Jahr einbrechen soll. Und auch sicherlich hier der freie Cashflow. Der freie Cashflow soll sogar steigen. Das ist interessant. Hängt natürlich extrem davon ab, wie viel die ausgeben für neue Fabriken. Gehen wir kurz noch in die Bewertung rein. Dann sehen wir hier den Verlauf anhand des bereinigten Gewinns, also des KGV. Auch mal hier, wo Tesla ein 27er KGV hatte. Man kann auch den operativen Cashflow nehmen. Der eignet sich, meines Erachtens, sogar noch besser als der operative Gewinn. Und den werden wir auch nehmen, um die Aktie zu bewerten. Das KGV bei unter 26. Und man sieht hier, wie die Analysten immer noch davon ausgehen, dass es weiterhin sinken soll, weil der operative Cashflow auch weiterhin steigen soll in der Zukunft. Wir müssen mal gucken, was die nähere Zukunft bringt und was die Zahlen zum ersten Quartal sagen. Aber wenn es so eine Erhöhung gibt, wie das, was hier diese Grafik suggeriert, dann könnte das Jahr 2024 gar nicht so schlecht laufen. gehen wir zurück zum Aktienfinder in die Bewertung rein. Und die ist natürlich bei Tesla sehr schwer. Hier nehmen wir den operativen Cashflow. Oder gehen wir einfach mal auf die letzten fünf Jahre und blenden hier den Fair Value Cashflow ein. Und dann sieht man, dass es gar nicht schlecht aussieht hier. also der Aktienkurs respektiert den fairen Wert schon irgendwo. Man sieht hier die starken Überbewertungen, dann hier die Unterbewertung, als die Aktie richtig abverkauft wurde. Und momentan lege jetzt der faire Wert bei 184 US-Dollar der Tesla-Aktie. Basierend auf einem fairen Kurs Cashflow-Verhältnis von 48. Damit muss man natürlich einverstanden sein. Und dann hätten wir hier basierend auf den Konsensschätzungen den jeweiligen fairen Wert. Der würde jetzt zum Beispiel im Jahr Ende 2026 bei 304 US-Dollar liegen, was einer Rendite entsprechen würde von 25% auf die nächsten zwei, drei Vierteljahre. Jährliche Rendite aufs Jahr gerechnet. Insgesamt wäre es eine Rendite von 83%. Hier gibt es nur noch einen Analysten, deshalb nehmen wir das auch mal nicht rein. Das ist aber auch die Warnung hier. Jetzt ist aber Tesla schwer zu bewerten und was wir im Aktienfinder ja gemacht haben, ist, wir haben den Prognose-Korridor eingeblendet. Das heißt, wir zeigen auch den fairen Wert an, nicht nur basierend auf der Konsensschätzung, den Medien, sondern auch auf den Extremschätzungen und Analysten. Und das wäre dann hier. Und dann sieht man, wie extrem weit das auseinanderklafft. Hier ist es ein ganz extrem für den fairen Wert für das Jahr 2025. Geht dann hier wieder ein bisschen zusammen, weil offensichtlich derjenige, der total optimistisch ist, keine Schätzungen mehr abgegeben hat, vermutlich für das Jahr 2026. Nehmen wir mal das Jahr 2026, wo noch fünf Analysten hier sind für operativen Cashflow. Und das sind ihre Schätzungen, das ist die Spanne. Und da hätten wir dann also einen fairen Wert von 382 US-Dollar. Das wäre die positive Schätzung. Das wäre dann eine jährliche Rendite von 35%. Und die pessimistische Schätzung, die hätte einen fairen Wert von 243 US-Dollar. Da hätten wir eine jährliche Renditeerwartung von knapp 15%, was ja immer noch deutlich über den Durchschnitt wäre. Ja, jetzt kann es noch sein, dass die nächsten Tage die Schätzungen noch ein bisschen nach unten gehen. Das sind also die topaktuellen Schätzungen. Die werden täglich aktualisiert. Nachdem die Absatzzahlen so schlecht waren, gehe ich davon aus, dass jetzt auch hier die Schätzungen etwas nach unten korrigiert werden, kann man hier dann auch noch eine Bewertungslinie machen, ein bisschen rumspielen oder man wartet einfach noch ein paar Tage, dann sieht man mehr beziehungsweise am 24. April, glaube ich, werden dann auch Quartalszahlen veröffentlicht, kann man auch noch abwarten, wenn man sich überlegt, die Tesla-Aktie zu kaufen. Ansonsten habe ich ja schon durchblicken lassen, mein Investment Case ist noch intakt, das heißt, ich werde die Tesla-Aktien einfach behalten. Vielleicht noch ein Wort zu den Risiken bei Tesla, die sehe ich also weniger darin, dass E-Auto nur ein Hype ist und nicht tatsächlich den Verbrenner ablöst, das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, dass Tesla die Technologie und Marktführerschaft verliert, dass BYD ihnen wieder die Krone abnimmt bei der Anzahl von abgesetzten Autos, das kann durchaus sein, im laufenden Jahr, wobei BYD natürlich einen großen Nachteil hat gegenüber Tesla, weil Tesla ist international tätig, verkauft seine Autos in USA, Europa und auch in China mit eigener Fabrik. BYD will nach eigener Aussage in den USA überhaupt nicht Fuß fassen, der Markt ist zu kompliziert, auch politisch und Europa fangen sich jetzt erstmal langsam an mit einer Fabrik in Ungarn und da haben die noch viel Arbeit vor sich, bis die auch international diversifiziert sind. Politik ist aber auch ein Risiko und speziell bezüglich Elon Musk und damit meine ich nicht nur die politischen Posts, die er macht, sondern damit meine ich auch im Prinzip die Kehrseite des Erfolgs, nämlich dass seine Technologien Schlüsseltechnologien sind, die für die Regierungen sehr interessant sind, unter anderem auch für die US-Regierung hier beispielsweise, die SpaceX hat jetzt aber mit der amerikanischen Regierung zusammen, um Starshield zu implementieren, das ist ein Spionagenetzwerk aus Satelliten der nächsten Generation und China beispielsweise gefällt das überhaupt nicht, natürlich, dass sie jetzt noch besser beobachtet werden können, was sie tun und treiben und denen gefällt natürlich nicht, dass Elon Musk das auch noch unterstützt, genau, der Elon Musk, der in Shanghai eine Gigafactory betreibt und das kann natürlich dazu führen, dass die Kommunistische Partei Druck auf Elon Musk ausübt, um hier missliebige Entscheidungen oder Entscheidungen irgendwie zu beeinflussen in ihrem Sinne, da haben wir also durchaus politische Risiken. Das ist nur ein Beispiel, wir haben den Tarifstreit, aber allgemein dreht sich darum, dass Musk im Prinzip ein Globalisierer ist, aber Globalisierung mittlerweile nicht mehr im Trend liegt, sondern eher Abschottung und politischer bis hin zu militärischer Konflikt und das kann natürlich auch Tesla böse auf die Füße fallen, ich hoffe, dass es nicht passiert und ich finde toll, dass es Unternehmer gibt wie Elon Musk, die weiterhin global denken, nicht nur im Sinne von wir wollen die Menschheit retten, deshalb müssen wir den Mars kolonialisieren, bevor wir alles zugrunde gerichtet haben, sondern quasi auch schon im Kleineren, also beim konkreten Wirtschaften. Wobei das E-Auto, jetzt fange ich an so viel zu erzählen, wobei zum Beispiel der Cybertruck und andere Autos, die in den USA produziert werden, die die meisten Anteile haben an den USA, also Produktionsanteile haben, made in America, andere Geschichte. Naja, also, es gibt auch Risiken, aber nichtsdestotrotz, mein Investment Case ist intakt, ich behalte die Tesla-Aktien und jetzt wäre natürlich interessant, weil da scheinen sich ja die Geister an Tesla. Was hältst du von der Aktie? Kannst du meine Entscheidung nachvollziehen? Würdest du die Aktie eher kaufen, verkaufen, halten? Happy to discuss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.